Ich bin bei, wie man schon sieht, OS-Radio. Gerade aufgeschlagen, habe Lust, hier ein bisschen Gitarre zu spielen. Zufälligerweise ein Lied von mir, das heißt Wieder tun. Und an eurer Stelle würde ich dranbleiben, weil wenn ich das fertig gespielt habe, sage ich euch noch, was sehr, sehr interessant ist. Das ist übrigens die Version, die ich selber nicht kenne. Zu viel geplant, zu wenig getan, zu lange gewartet und drüber nachgedacht. Nur nachgedacht. Zu wenig gewusst, zu viel riskiert, ist wie ein irrer Versuch. Und erst danach kapiert, ich hab's kapiert. Jedes Scheitern öffnete mir Türen. Jedes Mal von vorn, wie neu geboren. Denn der Weg war, vielleicht nicht ohne Fehler. Doch was ich heute weiß, es musste genau so sein. Ich würde es wieder tun, ich würde es wieder tun, ich würde nichts erfahren. Oh, 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 oh. Sag jeden Augenblick in mir. Ich würde es wieder tun, jedes kleine Stück davon. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. War ein neuer Schritt zu mir, es war gut bis hier. Hab manches verpasst, aber vieles gesehen. Zu oft gekämpft, um mich nur nach dem Wert zu drehen. Nur um gut dazustehen. Dem Glück nach gerannt, nur um mich selbst gedreht. Die Kontrolle verloren und den Moment gelebt. Und das ist okay. Was auch kommt, ist bestimmt nicht ohne Fehler. Doch was ich heute weiß, es musste genau so sein. Boom, 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 boom. Ich würde es wieder tun, ich würde nichts erfahren. Oh, oh, oh. Sag jeden Augenblick in mir. Ich würde es wieder tun, jedes kleine Stück davon. Oh, oh, oh. War ein neuer Schritt zu mir. Es war gut bis hier. Es war wirklich gut bis hier. Vielleicht jetzt schon am Bildschirm draußen die Hände. Hier so ungefähr. Ich würde es wieder tun. Oh, 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 oh. Sag jeden Augenblick in mir. Ich würde es wieder tun. Jedes kleine Stück davon. war ein neuer Schritt zu mir. Und es war gut bis hier. Ich bin Lettel Dean bei OS Radio. Das war wieder tun. Ich wünsche euch viel Spaß und werde euch jetzt das Interessante, was ich euch sagen wollte, beim nächsten Mal erzählen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.